So, hallo! Ich bin Ernst Zeidl, Gründer und Inhaber dieses tollen Projektes. Wir sitzen hier im Firmament und Firmament steht für Himmelszelt, steht für Grenzenlosigkeit und steht für alles, was die Welt verbindet. Wir sind perfekt dafür geeignet für eine Vertriebstagung, für ein Meeting, für ein Kongress. Die Menschen können bei uns übernachten. Wir haben ein Hotel mit 143 Zimmer sogar, wir haben einen eventuellen Platz und Kapazität für 800 Gäste, ein öffentliches Restaurant mit über 200 Sitzplätzen, irrsinnig lässige Barbecue-Area, toller Kräutergarten. Also bei uns im Firmament sind zurzeit 17 Vollzeitköche angestellt, die sowohl das Restaurant hier becatern, sozusagen frisch kochen in einer Showküche, die die Event-Caterings absolvieren und auch die Betriebsverpflegung. Rational hat einen Wahnsinns-Service, hat eine tolle Infrastruktur, hat die Weltmarktführergeräte. Sie sind leicht zu bedienen, die Köche kennen sich aus, sprich sie sind vom Handling her so, dass auch wenn mal ein neuer Koch kommt, den muss man eigentlich nicht groß einschulen, sondern der kennt sich aus. Ich bin der Matthias Enzenhofer, ich leite die Caterings im Firmament und sorge dafür, dass Struktur, Abläufe und Qualität eingehalten werden. Grundsätzlich ist die Küche vom Firmament-Gebäude so aufgebaut, dass wir im Hintergrund eine große Produktionsküche haben, wo die ganzen iVario und iCombi Pro Geräte drinstehen, die natürlich für uns essentiell wichtig sind, damit wir für die Quantität von diesem Gebäude sorgen können. Der iVario für mich persönlich mein Lieblingsgerät. Er hat unglaublich viel Energie, unglaublich viel Power, die er in kurzer Zeit wirklich auf den Punkt an den Tag legt. Wenn ich viel Fleisch anbraten möchte, wenn wir jetzt gerade im Bereich geschnetzelten Ragout sind, wo ich auch Farbe haben möchte, der schafft das. Der kann das, der zieht das Fleisch kein Wasser. Unsere Küche ist natürlich unser ganzer Stolz. Wir sind Catering-Betrieb seit 25 Jahren und haben da natürlich unser ganzes Herzblut reingelegt. Wenn die Küche im Hochbetrieb läuft, dann produzieren wir zwischen 2.000 und 2.500 Essen pro Tag. Wir stehen auf Qualität, wir stehen auf absolute Homemade, Selfmade-Geschichten. Es wird bei uns kein Convenience-Produkt zum Einsatz gebracht. Wir investieren sehr stark in die Technik. Ganz praktisch für uns auch das Connected Cooking. Wenn man mehrere Geräte hat, so wie hier. Wir haben sieben oder acht Geräte, die im Haus verteilt sind. Und dann wird das Ganze sehr unübersichtlich. Und da ist es ganz fein, wenn man das zusammengefasst hat. Man sieht den Reinigungszustand von jedem Gerät einzeln. Da hat Rational etwas Cooles rausgebracht. Eine weitere Besonderheit bei uns im Haus ist in der Produktionsküche unsere eigene Patisserie bzw. Bäckerei. Der Peter backt täglich Brot frisch sowohl für Frühstück als auch für unsere kompletten Caterings. Fürs Brotbacken ist es extrem wichtig, dass man immer permanentes und gleichmäßiges Ergebnis hat. Also so ein Kombidämpfer oder ein iVario ist einfach eine tolle Produktionsmaschine. Man kann vorproduzieren. Man kann sie definitiv genau programmieren. Man kann über Nacht gaben. Man kann effizient arbeiten. Das ist es auf den Punkt gebracht.